hallo freunde willkommen zurück hallöchen so dass wir schon einmal den boss gemacht habe ich würde mal sagen lass uns mal langsam anfangen mit die dinger zu sammeln und der plan ist wie fangen wir die spinos an ja einmal blinken und wir gehen mal auf spielung suchen es wird gleich hell also so die vorgabe ist töten ja aber wenn was hohes ist und nehmen uns mal ein mit nach hause ja weil das sind auch für sich auch guten tenzen ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr das ist schon total dass wir das letzte mal ein spiel nur hatten und wir haben auch teilweise auch nur umstehlichen gehabt ja so richtig benutzt haben wir die auch nicht ich sah noch nur schön aus dann gehen wir mal dieses flüsschen mal entlang wir haben genug gesehen hier ich nicht und was also hier und da mal ein zwei segel sind ja im schrank aber so du bist natürlich nebenbei eine armee ich bin nebenbei am mammuts züchten und megaterien brauchen noch ein bisschen mehr als acht jetzt also ja wir haben sich recht schwer getan die haben das schon ganz gut gemacht aber das wird ja auch nicht leichter aber weißt du was wir eins verlieren müssen wir mal was denn was wir auch mal mitnehmen könnte ich werde zahlbar von den augen ist für den tourney für den so deutlich ist ja sag 2 ja ja also das sind ja tanks das ist ja gewaltig natürlich müssen die sehr hoch sein ja ich setze mich mal hierhin ich glaube ich habe da drüben einem wasser verschwinden sehen der wäre schon mal 20 20 ja okay dann kommt doch schon straight hierher im kämpfen aber hier an land hat schon was gefunden ja ein zwanziger sagt und die haut braucht man ja auch ach so den mache ich mal schnell liste ist schon tot war für die sarko sind wir besser bedienen die frische komme ich ja wenn er gerade da war weißt du ja so jetzt jetzt bin ich angefixt jetzt suche ich sarkoß und nicht das was wir eigentlich haben wir schon aber spino ist hier jetzt nicht so rio knatter 140er sarko ja musst du gut die seine kompletten wer 36 30 das ist schon mal nicht schlecht der wird sehen ich konnte helfen und wirst im kilometer weg was machst du denn immer du du hast du ich habe keine ahnung was das für eins ist wenn es ein männchen ist und junger und der kann aber kämpfen du bist bestimmt fertig bis ich da bin nee gar nichts ich treffe den nicht einmal der will mich anwachsen natürlich will er das und seine natur ok ist runter und ich habe einen pheromone gekriegt ich lasse ihn überliegen kann man in ruhe gucken ok dazu brauche ich nicht mehr kommen und eine rio natter pheromone habe ich auch gekommen hier habe ich mitbekommen so hier habe ich auch schon mal spino ausgesucht von dem plan zum nächsten plan ja das ist arg das spielt seinen eigenen regeln hier ist weit und breit kein spino das ist ja normal am ende machen wir noch rio natter warum nicht eine pheromone ap wir wissen jetzt wie es geht wir wissen jetzt wie es geht da reicht dann auch eins spino tja es wird hell wenigstens das da wo du jetzt rum fliegt sein spino sein ich hatte mal welche gesehen aber der bleibt aber da stehen ja aber du weißt ja für die rio natter da fehlt noch eine menge da brauchst du den ei den ei na ja nicht unbedingt du brauchst ein heilschwein das bringt ja nicht jetzt sterbt tut er sowieso ja aber das aber was hast du dann bessere werken entweder haben wir das wasser braucht oder nicht das letzte mal wollte er in carodontosaurus das konnten wir auch nicht herzaubern also dass die gegend hier ist spino frei erholst du dich erstmal bevor du abfliegst ja ich sehe schon du tröste dich gerade mal mit mit sarko ja wir wollen ja wenn hier keiner ist ich meine was willst du machen gehen wir dann tüller suchen die krallen brauchen wir ja auch es ist ja nur der eine sumpf hier ja aber ich habe dich schon überall an dem fluss lang hier gesehen ich muss erst mal land gut da bist du ja also hier im sumpf würde ich lieber mit frosch rum benutzen weil die spinos die siehst du ja aus der luft ganz gut die ist dann schon mal 15 ja wir brauchen noch ein opfer tier ja das ist ja schnell gemacht aber sonst sehe ich hier bei unser anfang bis was sind wo wir den ersten aufs gut gemacht habe da war auch ein spiel ja da war auch ja war dann spiel ja da ein spiel und baryonyx und aber gesagt und dass das mit die parasaurus umdrehen ja dann gehen wir mal gucken bin ich dann auf dem weg ich würde mal sagen ich glaube du hast bestimmt auch keines mitgenommen was denn doch ich habe zwei stück oder so oder drei spielst du mit dem rücken hat die hat angefangen ich bin nur um drüber geflogen da hat sie mich ich werde aber jetzt mal hier landen landen und am bohnen kämpfen ja ist besser ich trefft ja kein stück die ist auch nur 15 tot und ein männchen auch in pheromone zu dieser nicht ja ich ruhe mal ein paar körpots bevor ich da weiter ziehen also hier in die pfütze waren aber noch nie eins gehabt ne da war keiner weil ich habe gerade ein pferd gesehen und ja wer weiß wer weiß ob und voll da wenn ich noch einzeln das wird noch in der ich in der sammlung die sammlung fehlt nur ein pferdchen stimmt ich habe nie vollen gesehen hast du überhaupt schon die karten verlassen ohne pferd ja selten aber das ist schon vorgekommen außer vor klar war vor klar war wirklich nur war ja nur angespielt so nur zum anspielen ja wenn man irgendwas bestimmtes sucht das ist immer behauptet das war noch nie anders nehmt doch einfach wenn es da ist oh megalania die muss ich jetzt erstmal abschießen die brauchen wir da haben wir noch nicht ein gift habe ich betöpfungspfeile drauf natürlich braucht die anderen und dann lass dich angreifen ach die haben hier einfach eine wand ja lass sie kommen dass sie kommen nicht dass sie im wasser stirbt ja perfekt und das gibt im wald darauf machen da ist es zwei stück sehr schön ich brauche das leder mit der axt schon wieder ja gut haben wir das hier an der wand hätte ich die jetzt hier nicht ja stimmt aber wir haben auch noch keine ja gut das war nur eine einzige hülle bis jetzt und da waren aber welche drin da hast du doch gesagt es auf welche drin jetzt so ich hier natürlich mal die band ab du machst alles außer was wir machen wollte es du doch auch ich so nach spiel ach so das noch ein zwei sogar du kannst wenigstens mal der erfolgreiche jagd das sind sogar drei agiert mit jetzt wird man schwer ja stimmt ist schon tot ok ok beruhig dich wieder ja jetzt schon leer gemacht so was so viele spiele ich bis jetzt gesehen haben gar keine gar keine da müssen wir es im zufall wieder überlassen also wenn ich diese fluss hier abgeflogen haben ist ja nichts da gewesen dann du so teut ist sattel gucke mal wo kommt er denn jetzt her ja so teut sind wir aber ja nicht sehen ne da brauchen wir so eine tentakel nur haben wollte ich den nicht wow schützt mich nicht ich habe nichts gemacht ich fliege einfach nur vorbei so nach was soll ich dann jetzt gucken nach thylas oder nach sarkoos guck wo du nach thylust hast warum hatten habe ich dabei ja ich nicht und ich bin eine pfütze ich habe doch vor uns 140er hier gesehen der war doch hier irgendwo dann finde ich doch im leben nicht mehr wieder ich bin die sparen die sind so aggressiv und halten wie nichts aus ich hatte so viel gesehen mensch 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 so ein fluss habe ich noch zum durchgämmen und dann weiß ich auch nicht im schnee gibt es auch welche ich bin aus mir wenn im redwood michael anja so michael anja gibt habe ich jetzt 16 stück schon so ja spinosegel habe ich bis jetzt hier sind wir auch schon von spiel geflüchtet das ist wieder so eine flugsimulator runde ne ja ich mag das eigentlich gar nicht wenn wir nur durch die gegend fliegen 20 sarko 140 da ist er doch so sonst zu diesem und das rieche überall im wasser und s Das war's für heute. Also ich habe jetzt 240er. Und bei dir ist alles voll mit Megalania, ne? Ja, aber ich habe genug. Was tut der? Mit der 100er nur. Du musst abbeißen. Hier habe ich den Biber gehört. Also ich höre alles mögliche, aber... Kommst du in meine Richtung wieder? Ja, aber übers Wasser. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass ich wenigstens mal einspiele. Okay. 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 Ah! Und hier hatte ich keine gute Werte. Ach, das weiß ich doch nicht. 540, fertig. Ja, der Vorteil, der ist ja keine Brüte zu Opfern mit Sauerstoff, ne? Ja, richtig. Nummer zwei. Das Wasser steht da hinten. Ich bin fast da. Ja. Das Wasser steht habe ich schon mal gesehen, aber ich habe kein einziges, ich bin nur den ganzen Fluss lang. Mhm. Alles mögliche an Tieren. Sogar Hürgen hat er. Der zweite hat sie verpieselt irgendwie, ist ins Wasser gegangen. Ist das der Blau? Ja. Das ist schön. Und der andere ist noch hübscher. Der andere ist noch hübscher. Mhm. Der ist so dunkelrot. Männchen, Weibchen? Ja. 40, wie gesagt. Ich guck mal. Das ist ein Weibchen. Und der andere müsste hier irgendwo hinten umdümpeln. Okay. Ich bin ziemlich hinter der Nähe. Die AG ist ein bisschen passiv, ne? Ja. Dafür müsste ich auch mal absteigen. Warte mal. Ich versuch das. Oh. Was ist denn der jetzt hier für ein grüner? Zehn. Totmachen. So. Jetzt möchte er sich bloß ein. Wo ist denn Nummer zwei jetzt? Oh. Ich hab die kleine Handtasche gekriegt. Ja. Eins. Echt? Da ist es? Eins nacheinander. So. Und Bordoroth suchst du? Ja. Der ist hier ins Wasser gegangen. Auf der Seite. Das könnte auch sein da. Okay. Ich hab das 140 auch. Ja. Dann hast du den und ich hab den anderen gefunden. So. Abspringen. Pfeifen. Und das beste versuchen, ne? Er kommt nämlich hier nicht hoch. Hoffe ich doch. Okay. Der erste hab ich schon getroffen. Ich glaub, der liegt. Ja, guck mir auf ein Glas. Ja, komplett. Vorsicht, der andere ist bei dir am Stein auch. Ehrlich? Ja. Wieso liegt der noch nicht? Weil ich zu weit weg bin. Wo ist er? Wo ist er? Der ist im Wasser gegangen. Oh. Der ist hinter dir. Hinter mir? Ja. Ach, der hat eine Runde gemacht. Okay, ich bleib da. Der geht jetzt auf dich? Mhm. Liegt. Okay. Alles klar. Ich bin beide. Das hier kann krass. Das freut mich. Das hier ist ein Kerl. Herzchen gesehen. Okay. So. Also, die hat 35,28. Ja. Und das ist ein Kerl. Warte. Hast du ein Bild schon? 36,30. Äh. 36,30. 15er Mickey Mouse wieder nicht, äh. Das ist ein Pärchen ist, ist gut. Ja. Das ist super duper. Da können wir dann unter Wasser gehen. Ja, hier im Sumpf ist es kreuzgefährlich, ne? Ja. Tja. Der Kapo so ist da nicht damit gerechnet. Er hat mich angesprungen. Und äh. Ich habe ihm sprung, glaube ich, gebissen. Und geboxt. Und das ist gehorcht. Das ist recht friedlich, ne? Ja, du weißt ja, wenn eine tot ist, kommt immer sofort die nächste auf die Karte. Einmal gegessen, die Hälfte. 48%. Oh. Das sind, das sind, das sind Kaprosoros hier. Mit der anderen hat noch nichts gefüttert. Wird wahrscheinlich auch 48%. Ja, das sind ja gleich. Klar. Ja, die letzte war, entweder du machst Fisch rein, äh, Fleisch rein für die letzten 2%. Ja, wir müssen den Formaten jetzt auch nicht so rumgeizen. Nein. Nur den hast du 2 Minuten schneller fertig. Das geht ja nicht um Ruhmgeizen. Aber wir haben jetzt eine ganze Menge, nochmal 6 Sakko Haut und 16 Macalania gibt. Das ist schon mal super. Es geht schon mal gut Richtung Boss. Das ist ein Level 10. Was wir jetzt mal so ein Level 150 finden. Ach, ich habe sogar 20 von dem Gift, weil hier waren ja auch nochmal 2 gewesen auf der Insel. 05. Wenn es ist mal ein von uns her produktiv war. Naja, irgendwas, äh, wo wird hier gekämpft? Das tut das? Nein. Ach, der Versuch dann, agi. Ja, der wird wohl den Sakko nicht gebissen haben. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht. Ich gehe gucken. Hör mal, kann dich nicht eine Minute alleine lassen? 100 Prozent, alles gut. Ich habe mal ein Schwein gehabt. Der wird doch nicht seinen großen Bruder anbeißen. Ja, zu Hause Sarko-Leder haben wir auch noch. Nicht viele. Vielleicht macht sie mal fünf oder so. Ja, dann besorge ich hier noch eins. Ja, dann gehen wir mit dieser Sarko beim nächsten Mal auf die Suche nach. Dann kannst du das Fleisch draus nehmen, das Dramatten bei ihm. Dann hat er nur noch Fleisch. Hier? Ja. Der Frise hat viel schneller, weißt du? Mhm. Ja. Oh. Nun komm schon, stellst du dich ein bisschen an hier. Abwander, wir haben bestimmt hier zuhause einen guten Sattel. Ich könnte wetten, Sakkosattel schmeiße ich eigentlich nicht weg, weil ich die eigentlich cool finde. Es ist immer möglich, dass wir welche haben. Schauen wir mal. Sonst können wir ja aufwerten. Das ist alles machbar. Also jetzt frisst du gar nicht mehr, ne? Aha, einer ist fertig. Okay. Hallo? Die Tasche? Da ist ein bisschen Fleisch drin. Der Kühlschrank quillt über. Ich weiß nicht mehr, ich meine 50. Schmeiß mal das Rummatten raus, wenn du gerade im Inventar bist, dass ich das gleich wieder wegbringe. Ja, aber warte, warte, warte. Siehst du? So, hier. So. Okay, Freunde. Der Plan mit dem Spino. Ist mit dem Sakko geendet. Ging wohl in die Hose. Dafür haben wir zwei Sakko. Ja. Dann. Das ist auch schön. Zwei schöne Sakkos. Die dürfen wir beim nächsten Mal dann... Tauchen. Tauchen. Ja. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.